Hallo zusammen, ich grüße euch hier zu einem weiteren Video auf YouTube. Im heutigen Video geht es mal um Ethereum 2.0 und um den anstehenden Ethereum Merch, welcher im September stattfinden wird. Und zwar habe ich euch auf Instagram gefragt in der Story, hättet ihr mal Bock darauf, dass ich darüber ein Video erstelle, einfach mal so ein bisschen das ganze Thema erkläre, weil es doch recht viel Nachfrage bei mir gibt. Und ja, ich glaube 70% von euch haben gesagt, ja bitte produzier uns ein Video. Und genau deshalb gibt es nach dem Intro für euch die Infos, was denn Ethereum 2.0 ist, was der Ethereum Merch ist und wieso ihr denn auch in Zukunft jetzt eventuell mit Ethereum passives Einkommen generieren könnt. So, jetzt sind wir hier drinnen. Erstmal kurz zur Definition. Ethereum 2.0, es handelt sich darum, um keinen Hard Fork. Also es entsteht durch Ethereum 2.0 keine neue Kryptowährung. Es ist also nicht so wie damals, dass dann ein Ethereum Classic entsteht. Nein, Ethereum, was vorher war, ist auch Ethereum, was es danach ist. Also es wird keine neue Kryptowährung geben, sondern Ethereum 2.0 ist eine Reihe von Updates der Ethereum-Version. Also kein Hard Fork, keine neue Kryptowährung, sondern mehr eine Ansammlung von Updates. Und der offizielle Name von Ethereum 2.0 ist Serenity. Jetzt stellt ihr euch natürlich die Frage, wieso, weshalb, warum, was ist denn Ziel und Zweck dieser ganzen Updates der aktuellen Ethereum-Version. Und da gibt es eine offizielle Definition auf der Ethereum-Website, und zwar Ethereum 2.0 bezeichnet eine Reihe von miteinander verbundener Upgrades, die Ethereum skalierbarer, sicherer und nachhaltigerer machen werden. Mehrere Teams auf dem Ethereum-Ökosystem entwickeln daran. Ich habe jetzt hier schon mal die drei Hauptgründe grün markiert. Und zwar, das ist einmal die Skalierbarkeit, also wie viele Transaktionen kann man in der Ethereum-Blockchain verarbeiten. Dann das andere Thema natürlich Sicherheit, wie sicher ist die Blockchain. Und der dritte Punkt Nachhaltigkeit, also wie nachhaltig ist die Blockchain, wie nachhaltig ist dann auch am Ende der Konsensmechanismus. Weil, hier unten habe ich es schon kurz hingeschrieben, die Möglichkeit eben, diese drei Themen positiv umzusetzen, funktionieren eben nur mit einem Wechsel des Konsensmechanismus von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake. Kurz, was ist der Konsensmechanismus? Der Konsensmechanismus ist der Mechanismus, der Algorithmus, der am Ende dazu führt, dass in einem dezentralen Netzwerk trotzdem Vertrauen und eine gewisse Sicherheit geschaffen wird. Und dafür wird eben der Konsensmechanismus verwendet. Und hier gibt es eben zwei Arten. Es gibt einmal Proof-of-Work und es gibt einmal Proof-of-Stake. Proof-of-Work, sollten die meisten von euch schon gehört haben, ist der Konsensmechanismus schlechthin. Wenn es jetzt um den Bekanntheitsgrad geht, zum Beispiel Bitcoin oder halt auch Ethereum, aktuell noch nutzen eben den Proof-of-Work-Konsensmechanismus. Das heißt, die Miner, also der Konsensmechanismus wird geschaffen durch Miner. Das heißt, man braucht Leute, die eben gewisse Rechenpower hinzugeben und dann eben quasi so ein schwieriges Puzzle lösen und dadurch dann eben dem Netzwerk sozusagen Mining Difficulty zur Verfügung stellen. Nachteil allerdings ist zum einen natürlich Mining Difficulty. Also man braucht viel Strom, viel Energie. Deshalb ist es jetzt nicht sonderlich nachhaltig, Proof-of-Work zu verwenden. Und des Weiteren hat man eben eine Gefahr, dass man, wenn man eben 51% der Miner kontrollieren kann und es gab auch Zeiten, da waren zum Beispiel im Bitcoin-Netzwerk über 51% aller Miner in China gelegen und da hätte man theoretisch, hätte theoretisch die chinesische Regierung eine 51%-Attacke starten können, wenn sie eben mindestens 51% der Mining Power vom Bitcoin-Netzwerk unter ihre Fittiche genommen hätten. Das ist eben auch einer der riskanten Punkte, die es beim Proof-of-Work gibt. Bis jetzt ist sowas noch nicht passiert, jetzt also bei Bitcoin nicht. Aber es kann durchaus immer eine Gefahr geben, eben dass, wenn 51% Mining Power eine Handvoll Menschen eben die Kontrolle darüber haben, können sie eben die Blockchain nach ihrem Ermessen abändern. Und das ist natürlich nicht Ziel und Zweck der Blockchain. Und genau ebenso bekommt der erste Miner, der eben quasi das Puzzle gelöst hat, den allgemeinen Konsensmechanismus am Ende dann gelöst hat, bekommt eben dann den Reward. Jetzt haben wir Proof-of-Stake. Das ist eben ein zweiter Konsensmechanismus. Da laufen zum Beispiel Coins wie Cardano, Solana, Polkadot, Avalanche. Das sind Coins, die verwenden Proof-of-Stake. Vorteil vom Proof-of-Stake ist, man braucht keine Mining Power für den Konsens, sondern man braucht eben Validatoren, die sozusagen einen Stake hinterlegen, also einen Anteil, in dem Fall jetzt von Ethereum, dann hinterlegen und dadurch dann eben den Konsens schaffen. Hier gibt es eben die Thematik, hier kann dann eben jemand, was eben hier bei einer 51%-Attacke passieren kann, wenn 51% der Mining Power einer kontrollieren kann, ist hier natürlich das Gleiche. Die Gefahr besteht, wenn jemand 51% aller Ethereum-Coins hat, dass er dann eben auch das Netzwerk seinem Ermessen nach soweit ändern könnte und abpassen oder anpassen könnte. Und der Reward hier ist nicht, dass es der erste Miner bekommt, sondern es ist eben quasi aufgeteilt in einer Form von Transaction-Fees. Und der Gedankengang eben jetzt hinter dem Merge, hinter Ethereum 2.0, ist eben diese nicht nachhaltige Art und Weise von Konsensmechanismus, also von Proof-of-Work, eben zu ändern in Proof-of-Stake. Und da wird eben jetzt der Ethereum-Merge, kurz der Merge ist eigentlich so die Zusammenschmelzung, also der Tag, ab dem dann sozusagen die Ethereum-Blockchain auf Proof-of-Stake läuft. Es wird aller Voraussicht nach der 15. oder 16. September sein, ist abhängig von der Hashrate, eben weil der Countdown läuft eben aktuell schon und wird abgeschlossen, sobald die Total Difficulty des Ethereum-Netzwerkes eben den Wert von 5, 8, 7, 5 und 16 Nullen hat. Also eine sehr, sehr große Zahl. Jetzt kommen wir nochmal auch kurz natürlich zu den Risiken. Was sind den Risiken des Ethereum-Merges? Die Risiken sind soweit tatsächlich überschaubar, da die Beacon-Chain, also die Proof-of-Stake-Chain von Ethereum, seit Dezember 2020 ohne größere oder ohne Probleme läuft. Zudem ist eben aktuell das Proof-of-Stake-Netzwerk auch ein Ergebnis von jahrelanger Arbeit, eben die das Ethereum-Team quasi vollbracht hat und auch der Code wurde von den Entwicklern intensiv und natürlich auch mehrfach getestet. Ich zeige es euch jetzt hier nochmal in der Grafik. Also diese Beacon-Chain hier quasi, die läuft schon seit Dezember 2020 ohne Probleme weiter, weil natürlich das Ethereum-Team, das Entwicklerteam, natürlich nicht jetzt so von jetzt auf gleich, von heute auf morgen, so einen doch recht gravierenden Wechsel, also von Konsensmechanismus Proof-of-Work auf Konsensmechanismus Proof-of-Stake durchführen kann und deshalb wurde eben diese Chain jetzt schon seit ja fast zwei Jahren ist die am Laufen und diese wird dann eben, also das ist quasi die Proof-of-Stake-Chain von Ethereum und die wird dann eben zusammen schmelzen, deshalb The Merge, diese schmelzt dann eben zusammen mit der Proof-of-Work-Chain, kann man jetzt mal sagen, die wir aktuell noch haben und dann am Ende gibt es eben eine Chain, es läuft dann eben nur noch auf Proof-of-Stake und nicht mehr auf Proof-of-Work. Ich habe am Anfang gesagt, es ist kein Hardfork, also Ethereum 2.0 ist kein Hardfork, das ist auch an sich korrekt so, weil es eben, wie gesagt, das gesamte Update, die Ansammlung aller Updates ist, die eben darunter fallen, aber nichtsdestotrotz kann sich trotzdem durchaus ein Hardfork ergeben und zwar wenn die Leute, die jetzt eben gerade im Konsensmechanismus eben, also die Miner, die jetzt gerade im Ethereum-Netzwerk quasi meinen, können durchaus die Blockchain weiter am Leben erhalten, dann würde es eben ein Hardfork geben, dann kann man es theoretisch Ethereum Proof-of-Work nennen oder wie man es dann nennen will, also die neue Chain, es bleibt weiterhin die Ethereum-Chain. Wir werden sehen, ob es einen Hardfork geben wird, also ob es eine Abspaltung der Chain geben wird oder ob 100% aller Leute in dem Netzwerk mit der Neuerung, mit dem Merch übereinstimmen. Ich bezweifle es, aber ja, ich werde ganz klar bei Ethereum natürlich hier Proof-of-Stake weiterbleiben. Hier haben wir das Datum des Merges, hier haben wir die Risiken, die sehr gering sind und jetzt gibt es natürlich einen weiteren Vorteil, der sich durch das ganze Thema auch für euch jetzt ergibt und zwar früher, also wenn man sagt, man hat Proof-of-Work, klar kann man theoretisch die Ficulty, also Mining Power, zur Verfügung stellen, indem man einen Rechner hat, hat sich in Deutschland nicht mehr wirklich gelohnt. Jetzt haben wir aber den Vorteil, dass wir Ethereum nun jetzt eben wegen dem Proof-of-Stake, da steht es ja im Namen schon drin, eben Staking betreiben können. Also können wir jetzt als Privatinvestoren, die Ethereum haben, können unsere Ethereum staken und kriegen dafür eben dann Rewards in Ethereum. Das liegt eben daran, wie schon gesagt, weil wir jetzt eben Proof-of-Stake haben und nicht mehr Proof-of-Work haben und es gibt hier nun dann in Zukunft zwei Möglichkeiten, wie wir eben jetzt als Leute, die Ethereum besitzen, quasi Rewards kassieren können. Möglichkeit Nummer 1, man kann ein eigener Validator-Knoten werden, allerdings ist das nicht so einfach machbar, weil natürlich gibt es hier auch Einstiegsbarrieren oder Hürden, würde ich fast nennen. Und zwar kann man nur ein eigener Validator-Knoten werden, wenn man mindestens 32 Ethereum hinterlegt, staked. Wenn wir jetzt sagen, 1.500 sind wir gerade ungefähr, wären das 16, ja, wären wir bei 48.000 Euro, die man quasi als Invest, als Person jetzt staken müsste, um ein eigener Validator werden zu können. Werden die wenigsten von euch machen können, deshalb gibt es eben auch noch eine Möglichkeit 2, das ist der Klassiker, und zwar ist es die Teilnahme an einem Staking-Pool. Hier gibt es zum Beispiel die Lido-DAO, die sind aktuell schon für ungefähr 30, 35% der gesamten Staking-Power quasi verfügt, also für das gesamte, für 30% des gesamten Stakings verantwortlich und das wäre theoretisch eine Möglichkeit, wo ihr jetzt als Einzelinvestoren eben nicht mit 32 Ethereum, sondern mit einer geringeren Anzahl an Ethereum eben eure Coins dem Netzwerk zur Verfügung stellen könnt, dadurch eben Konsens mitschafft, weil ihr eben in einem Pool teilnimmt oder an einem Pool teilnimmt und dadurch eben dann Rewards in Ethereum kassieren könnt. Und genau, das ist jetzt so gesehen, das ist der gute Punkt und jetzt am Ende ist nochmal, was ändert sich denn jetzt für einen Ethereum-Besitzer? Und zwar ändert sich am Ende absolut gar nichts, also ihr habt keinerlei Änderung, ihr behaltet eure Ethereum, ihr könnt sie noch genauso nutzen wie davor, für deine Ethereum bleibt eben alles komplett gleich und das Update des Konsensmechanismus hat eben auch keine Auswirkungen auf deinen Coins. Der einzigste Unterschied ist eben, dass eben jetzt am Ende dann mit dem Merch eben der Konsensmechanismus geswitcht wird und dadurch eben die Ethereum-Blockchain eben nachhaltiger wird, weil sie eben nicht mehr Proof-of-Work nimmt, sondern Proof-of-Stake nimmt. Zudem ist sie etwas sicherer auch, weil natürlich ist es meiner Meinung nach leichter, 51% Mining Power zu beherrschen, wie 51% aller Coins zu besitzen, ist jetzt mal ein Punkt, wenn man jetzt mal sagt, ich check mal kurz, was wir gerade eine Marktkapitalisierung von Ethereum haben, wenn wir jetzt mal eben bei diesen 51, genau, wir sind jetzt gerade bei knapp 200 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, das heißt eben um 51% zu haben, aller Coins müsste man ein Investment von 100 Milliarden mindestens tätigen, also sogar ein bisschen mehr, dass man eben 51% hat und deshalb ist es ja durchaus ein Grund, meiner Meinung nach, ich sehe Proof-of-Stake mit dem Aspekt Sicherheit tatsächlich nochmal ein bisschen besser, aber meiner Meinung nach einer der Hauptgründe war definitiv wahrscheinlich auch das Thema Nachhaltigkeit und genau, deshalb ich schaue dem ganzen Event, dem Merch, welcher jetzt eben dann Mitte September passieren wird, doch positiv entgegen, mich würde durchaus mal interessieren, schreibt gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr vom Merch, seid ihr in Ethereum investiert, was für einen Konsensmechanismus findet ihr besser, Proof-of-Work oder Proof-of-Stake und genau, freue mich natürlich wie immer auch über jedes Like, was mich erreicht und über jedes Abo, zudem könnt ihr natürlich wie immer auch die Glocke oben klicken, dann bekommt ihr Benachrichtigungen über alle meine Videos und genau, würde mich freuen, wenn ich euch beim nächsten Video wieder begrüßen darf und bis dahin, ciao, ciao! Ciao!